Bist du ein Pinguin? Hi, ich bin Libby. Und das sind meine chaotischen Schwestern. Kenny, unser Küken voller Fantasie und Ideen. Malea, Planerin und Abenteuerin. Tessa, Beautyqueen und pausenlos online. Und das ist unser neuer Mitbewohner. Paul, der Pinguin. Der Zoo hat sie geschickt. Ja, richtig, der Zoo. Paul wurde von den zwei Magiern entführt. Sie wollen ihn nach Las Vegas vorfraschen. Paul ist in Gefahr. Benutz doch einfach mal dein doofes Handy für was Sinnvolles, du Zicke. Der kann wirklich tanzen. Egal was abgeht. Egal wie viel Chaos. Drei, zwei, eins. Einmal an einem Strang zu ziehen, würde vieles einfacher machen. Egal ist dran! Egal ist jetzt dran! Wir sehen uns beim nächsten Mal.